Herzlich willkommen zu diesem Tutorial zum Thema Online-Resourcen in Primo. Das Bibliotheksportal Primo ist ein sogenanntes Discovery-System. Das ist ein moderner Bibliothekskatalog, der nicht nur die gedruckten und elektronischen Bücher und Zeitschriften einer Bibliothek erschließt, sondern darüber hinaus den Bestand größtenteils auch auf Artikelebene oder bei Sammelbänden auf Kapitelebene erfasst. Dazu steht ein Index bereit, der durch die Softwarefirma ExLibris betreut und ständig erweitert wird. ExLibris sammelt in diesem Index die Daten von externen Anbietern, wie zum Beispiel Elsevier, ProQuest oder JSTOR. Die Zahl der Datensätze beträgt mehr als eine Milliarde. Übrigens dürfen Bibliotheken manche Datenbanken nur über Primo nutzen, wenn sie dafür beim Anbieter eine Lizenz erworben haben. Die Aufsatzdatenbank Web of Science beispielsweise gehört dazu. Man kann also in Primo gezielt nach online verfügbaren Materialien suchen. Wie das geht, wollen wir hier zeigen. Voraussetzung für den kostenfreien Zugang ist, dass sich der genutzte Rechner im Campusnetz der Freien Universität Berlin befindet. Diesen Zugang haben sie von den Computern in den Bibliotheken. FU-Angehörige können sich einen Zugang zum Campusnetz einrichten. Wie das geht, zeigen die Tutorials zu Virtual Private Network, kurz VPN und Proxy. Eine Beispielsuche soll zeigen, wie Sie gezielt nach E-Books suchen können. Das Vorgehen lässt sich aber auch leicht auf andere Publikationsformen, wie zum Beispiel Artikel, übertragen. Sie suchen mit Klimawandel oder besser noch gleichzeitig mit Climate Change, denn der Mega-Index in Primo enthält sehr viel englischsprachige Literatur. Das Ergebnis ist mengenmäßig beeindruckend. Wie Sie Ihre Ergebnismenge auf eine moderate Trefferzahl herunterbrechen, zeigt das Video zu den Filtern. Um E-Books zu finden, klicken Sie auf die Filter Online-Ressourcen und Bücher. Wählt man mehrere Filter aus, muss man die Auswahl noch bestätigen. Online-Ressourcen erkennen Sie im Suchergebnis an der Verfügbarkeitsanzeige Online verfügbar. Zum E-Book gelangen Sie, Wenn Sie in der Details-Anzeige eines Titels auf einen der Links klicken, die unterhalb der Details zum Titel im Abschnitt View it angeboten werden. Sollten Sie Probleme mit dem Zugriff haben, können Sie übrigens von hier aus eine Fehlermeldung senden und die Mitarbeitenden der Universitätsbibliothek überprüfen den Zugang. In einem neuen Fenster öffnet sich die Seite des E-Book-Anbieters. Diese sieht bei jedem Verlag anders aus. In diesem Fall werden hier links verschiedene Download-Möglichkeiten angeboten. Wählt man PDF Fulltext, kann man entweder einzelne Kapitel oder das gesamte Werk lokal speichern. Da die Verlagsangebote so unterschiedlich gestaltet sind, zeigen wir noch ein paar Beispiele. Der Verlag Nommers bietet hier auch einen kapitelweisen Download an. Auch die Plattform SpringerLink präsentiert ihre Titel mit der Möglichkeit, einzelne Kapitel oder das ganze Werk herunterzuladen. So sieht es auch beim Verlag der Gräuter aus. Auch wenn Anbieter einen kompletten Download erlauben, müssen Sie das Urheberrecht beachten. Bitte informieren Sie sich darüber auf der UB-Website unter Literatursuche – Nutzungsbedingungen von e-Ressourcen. Wichtig ist unter anderem, dass es nicht erlaubt ist, private Archive auf Vorrat anzulegen. Vielen Dank für Ihr Interesse! Vielen Dank für Ihr Interesse!